Devisenprognose Devisenmarkt eingreifen. Nebst dem Konflikt in Jemen schob dies den Euro-Schweizer Franken nach unten. Wie schätzen Sie den Wahrscheinlichkeitsgrad eines Eingriffes in Kurzfrist? Und wo sehen Sie das Paar in einem Monat? Klar ist der Schweizer Franken gegenüber dem Euro auf dem Hintergrund des Jemen und Krätze-Befürchtungen angestiegen. Wir sind aber der Meinung, dass der Schweizer Franken ein neues Gleichgewicht gegenüber dem Euro im Bereich von 0,95 plus minus 2% erreicht hat. Man wird versuchen, die Währung in diesem Rahmen zu halten. Natürlich hat der Schweizer Franken wegen des Krätzes und ähnliches eine aufsteigende Dynamik und Eingriffe sind nicht auszuschließen. Der Währungspreis scheint aber ein neues Gleichgewicht gefunden zu haben und je mehr die SNB von einem Eingriff spricht, umso weniger ist sie geneigt, dies zu verwirklichen. Der Schweizer Kopfindikator für März stieg auf 90,8 gegenüber 90,3 im pro Monat, liegt also besser als erwartet. Dies vorausgeschickt, wo sehen Sie das Paar in drei Monaten stehen? Die wirtschaftlichen Kennzahlen der Schweiz verdeutlichen die Wirkung der Freimarkräfte. Die Schweizer Firmen wiesen eine höhere Fähigkeit zur Kostenanpassung im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Irland und Europa nach. Die Verstärkungsimpulse bleibt bestehen, begünstigt durch billiges Kapital und negative Zinsen. Dies wirkt sich zum Vorteil des Immobilienmarktes und der Infrastruktur aus, die die rückläufigen Exporte ausgleichen. Die Schweizer Franken-Politik nützt die Vorteile für kapitalintensive Bereiche aus, was auf lange Sicht zur Produktivitätssteigerung in der Schweizer Wirtschaft beitragen wird. Wir glauben, dass der Schweizer Franken natürliche Vorteile und Verstärker gegenüber dem Euro hat. Außerdem ist die EZB-Politik auf Abwertung des Euros abgezielt. Daher sehen wir einen längerfristigen Aufwärtstrend hinter dem Schweizer Franken. Und schließlich, was sind Ihre Erwartungen in Bezug auf das Wachstum in der Eurozone im Jahreshorizont? Und wo wird sich der Euro-Schweizer Franken in einem Jahr befinden? Es ist zu bemerken, dass im Hinblick auf die Eurozone die Politik darin besteht, Liquidität zu schaffen, um den Kapitalmarkt anzukurbeln, vor allem bei Staatsanleihen und dann bei den Aktien. Die Liquidität neigt typischerweise dazu, ihren Weg in die Realwirtschaft zu finden. Und das hoffen wir. Die niedrigen Zinsraten, belieben M&A-Aktivitäten und aggressivere CEOs bedienen sich des billigen Kapitals, um Wachstum durch Akquisitionen zu erwerben. Wir müssen nicht unbedingt erwarten, dass die europäische Wirtschaft ein sofortiges, robustes und nachhaltiges Wachstum aufzeigt. Aber die meisten europäischen Aktien bleiben doch im positiven Bereich, was zumeist auf den Liquiditätsfaktor zurückzuführen ist. Wie erwähnt, erwarten wir in der Langfrist eine Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro, wobei manche strukturelle Faktoren rückläufige Entwicklungen beim Euro bedingen. David, vielen Dank für Ihre Kommentare. Wie immer wird unser TV-Team weitere Nachrichten und Interviews im Laufe des Tages anbieten. Bleiben Sie dran! Bleiben Sie dran!